Ja, und nach 7 Uhr noch im Saumland auf. Ja, weisst du ehrlich, ich kippe heute. Heimdischau-Sonntag. Schossen! Ich habe ihn auch gut redet, verstanden, weil jetzt war er einfach in Deutschland. Ja, nach 7 Uhr dann, nein, gell? Ja, die Weiber haben so ihr Handtuch rumkippt. Ja, ich bin gleich in der Umzieglock 7, gell? Du hast auch Zeit nach 7 Uhr dann, nein? Du, da waren die Männer, die waren nackert. Weisst du wie ein Mann, die haben gar nichts angeheckt, gell? Du, weder Heimd noch vorn. Was, Budelnackert, gell? Budelnackert. Was, was ist der Egon und Igel? Was, wir machen halt alle das Licht auf. Aber ich habe noch nie, ich sage das, ich habe noch nie so viele nackerte Viehle auf einmal gefeiert. Gell? Und erst einmal dann die Viehle. Budeln. Gell? Gell? Und dann habe ich aufgrund dessen, gell? Zum Schwitzenopfer. Hörschachzeiter habe ich geschwitzt da drin, gell? Hörschachzeiter, gell? Hörschachzeiter, gell? Hörschachzeiter, gell? Hörschachzeiter, gell? Hörschachzeiter, gell? Hörschachzeiter, gell? Sieh浩. Siehst du meine Harmonien? Was jetzt brauche ich, ich bin schon bei normaler Zimmer, Temperatur all att meine Schweißdrüsen aufgetreten. Aber da sind die auch 8 Hörer. Ich bin mir fassich wie ein Schweinsbrater bei 220 Grad im Backofen, Unter- und Oberhitze. Ja du, noch eine Weile hat sich nachher der Nebel dort drin ein bisschen verzogen. Und noch sind plötzlich zu den Nudeln die Gesichter aufgetaucht. Und noch sind mir die in einer Ecke waren, da wo ich bin, die sind mir irgendwie bekannt. Sie war das der schwarze Kogel. Haben dir doch gleich ein Brot in die Zaunen verlegt, gell? Ja, da bin ich nachgegangen und habe gesagt, habt ihr heute Brot bekommen? Na, haben sie gesehen, gell? Na, haben sie gesehen, gell? Sie haben offenes Singen. Na, haben sie gesehen, gell?